Heute Abend in Unkraut. Das Riedberger Horn. Die dort geplante Skischaukel polarisiert. Tourismusbranche und Naturschutz sind hier scheinbar unvereinbar. Und dann. Der Horn ist der Horn. Und bitte. Stopp, was ist denn? Der riecht wie der Aschenbecher. Ja, sowas muss ein Model schon überspulen können, gell? Also nochmal. Heute Abend Unkraut um sieben und Dahoam ist Dahoam jetzt um halb acht. BR Fernsehen, da bin ich daheim.